sollt mittelman bei quant tiger hey ja mittelman bitte korrekt jo kommen wir gleich welch gehst du an dir? viertes worum geht's denn bei euch? enderman enderman jo 90 ich dachte immer die werden so extrem selten ja sind sie auch da nimmt ja jetzt mittlerweile jeder also 90k gebe ich dir aber nein 99 du meinst vorhin auch 100k also 99k also 100k so gesagt er zahlt die 10% naja bezahlt die hey warum bezahle ich die eigentlich? ja du hast gesagt du bezahlst du hast den rest du bezahlst du hast den rest du bezahlst ich höre schon geld, sieht's aus ja dann bezahle ich die eben ich küsste auch äh ich will mal dein 4k ist waldi waldi hm gleich waldruide ja kommt das auf youtube hoch ja okay dicker ich will das nicht sagen aber ähm manche leute wollen ja nicht aufgenommen werden was wenn man das nicht dann will dann aber die wissen es ja nicht also ich bin bei mir mal kannst du machen die wissen es in dem moment wo sie den TS hier betreten weil in der überschrift steht stream waldruide endclan und dann müssen sie noch ein passwort eintippen also können sie im nachhinein nicht sagen ich hab nichts gewusst ok dann kommt mal auf mein viertes GS du hast das ei straßen kennt das und leute ich bin cool so vertraut verboten das ist ja nicht gerissen danke easy das game ok waldruide die 110k ne das straßenkind du leg mal das ei rein du leg mal das ei rein du weißt alles verdammt ok also du kannst das geld zahlen warte ich will jetzt mal kurz gucken hier passt alles ich schaffe andermann mit mbtk1 waldruide 110k 10k sind deine provision und 100k gehören ihm um mh ich lehne ab ich mach so minus damit ne danke schön jo danke auch billt ich will schon ne danke schön waldruide das straßenkind das straßkind ach quatsch brauche ich hier gar nicht hin ich brauche dir nur geld zu überweisen hey das straßenkind ok danke ich bin dann noch mal weg ne joo danke auch danke leger